Hallo liebe Leute und willkommen zurück in der Folge Forz Si Warum passiert das immer bei Forz? Wir haben hier 2 Krabbies Oh, ganz schön Krab das Spiel Ich finde das cool, irgendwie die Krabbies Sieht cool aus Eigentlich ist das 3 vs 3 Hier 3 und hier 3 Aber wir haben eine gegen eine Und dann machen wir das Spiel Ohne Mods Okay A la Playa Wow, 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 wow Wow, 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 wow Neues Telefon Neues Telefon iPhone 11 Pro Sackt iPhone ist so Sackig Sack, 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 Sack Sack die Bone du iPhone Sackt oder auch Alle sind heute nackig Da Und alle sind heute mit dabei Keiner findet was dabei Nemo Das Nemo? Moment, warte mal was So war das jetzt nicht abgesprochen Das Nemo hat mich irgendwie gerade gekillt Alle sind heute Nemo, nein Eine Nemo Eine Nemonade Wie kann man trinken? Verstehen Sie? Findet Nemonade Ich möchte gerne machen eine Meme Ich schiesse Ole Kopf in den Brei Ah, Schluch Schlappes Ei Schlappes Ei Der Ole hat ein schlappes Ei Ei, 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 ei Weil Scheiße Nummer 3 Hallo Hallo Alter Mein Name ist Robert Lewandowski Ich möchte Seil unten anfestigen Danke Schaumfestiger Wie stehen Sie zu Schaumfestiger? Lecker Ja Gefällt mir Unfassbar Ja Der Gerät machen Windturbine Turkische Airlines Wir haben lange nichts mehr Furcht aufgenommen Noo No me gusta Que es pasado hier Ich möchte Eine Eine Donalds Ich mag gerne Donalds Pilemann 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 Arf Ole Ole Unschalala Aber Scheiß drauf Musi Chapa Chupa Es noch einmal im Block Ne Si 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 Und nie Wo ist Optimierungssentrum Ich nix machen kann Scheiße Pilemann Ne Le Ist besoffen Wir haben Pile offen Pile Nichts offen Deutschland zu Scheiße Scheiße Alles zu Und du guckst in Nudameko Warum ist Wenn man zoomt In andere Basis So eine komische Pflanze Ist Back So ist Komische Wie sieht aus wie Insel Ist komischer Back Siehst du auch? Wo? Wenn man zoomt In andere Ins Isla Ey du Arschloch Aufhören Ich mache ihn kaputt Deine Basis Arschloch Ach stimmt Hast recht 2,50€ Kannst du aufhören bitte? Ganz kurz Nein Ganz kurz Habe ich gesagt Ey Dass du schon Waffen hast Ist eine Frechheit Ja Das ist ein Skandal Ich habe richtig gute Waffen Du hast gar keine Chance mehr Ja Hast schon verloren Ja Ich kann nichts bauen Du hast recht nicht Ole Ja meine Minen arbeiten nicht Ach man Die Nüsse sind zu kaputt Wo sind meine Nüsse? Ne ich kann leider nichts machen du Das ist belastend ne Das ist blöd wenn dann immer einer kommt und alles kaputt hämmert Das würde mich echt Das würde mich echt nerven Das ist so nervig ne Das ist echt schlimm Und dann wieder Und dann wieder Gerade aufgebaut und schon wieder alles kaputt gehämmert Junge was soll denn die Scheiße Jetzt mal im Ernst Das ist doch kacke sowas Wenn einer immer alles kaputt macht Und wieder und dann noch Oh beide Windturbinen Junge 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 ist das bescheuert das Spiel Ein Drecksspiel Unfassbar Und schon wieder kaputt gemacht Was soll denn der Scheiß Schmutzdecker Tabula rasa Sehr gut Ole So mein erstes Optimierungszentrum In der Runde Dein erstes Mal Das letzte Abendmahl zusammen mit Ole Wie viel Waffen hast du denn? Ist doch krank Zwei Achso Beziehungsweise drei Ja das merke ich Ja das sind doch keine Waffen Das ist Schmutz Es ist dreimal mehr als ich schon noch Ja aber dreimal Schmutz Dreimal mehr Schmutz als du Jetzt habe ich sogar vier mehr als du Aber da hast du schon gelogen Merkst selber ne Freu dich von dir Wer Lüge denn hat, hat kurze Beine Kennst du diesen Spruch? Si Wer Lüge macht, ist kurze Beine Wie lange braucht denn dieses Scheiß-Metal zum Aufbauen? Helmut Kohl im dritten Land Das hatte Nebel Nebel Ah Quatsch Schukowski Ich kann nichts bauen Schade Jawohl Tor für J Jawohl Tor für Nico Hör Aufzuweinen Kai Ein Gejammer ist echt ne Tugend ne? Denk dran Oda, es gibt immer Leuten denen es schlechter geht als dir. Oh, verstehen sie? Oh, was war? Ach, ich hab ihn upgraden. Oh, hab alles vergessen. Guck gradieren. Mal gucken ob du das jetzt nicht kannst. Der hat gezimmert. So, Werner, hier. Jawohl. Bringt ja gar nichts. Was? Hier, diese Sandsäcke. Pfefferminztee, du bist mir auch schon ein Sandsack. Ja, ich hab die halt wegrasiert. Ja, ich dachte, die sollen wir nicht kaputt machen. Warum sollen wir die nicht kaputt machen können? Das sind nur Sandsäcke. Aber wozu sollen wir die denn sonst benutzen? Die halten ja ein, zwei Schüsse aus. Oh, wow. Kommen ja Komplettklassen dann. Wie du willst, ne? Gegen die Maschinengewehre können die vielleicht nichts. Aber vielleicht gegen andere Waffen. Aber man weiß es nicht, ja. Tschechische Pilz. Das ist gut, oder? Gib mir, gib mir, gib mir. Amen. After Midnight. Von ABBA. Diese Elite. Uli, ich will die Hand mal zumachen. Hab ich schon, dauert ein bisschen. Dauerlauf. Schneller. Ja. Ja, ja, ja. Ich hab dir auch gesagt, oder? Ja, es war der Durchschuss. Was? Sag mal, wenn du da... Ich hatte Minus 30 Tempo bei Minus 30 Tempo. Ja, starke Runde von mir. Kann man auch nichts machen. Wenn man gegen guten Mitspieler spielt, dann hat man keine Chance. Bist du bereit oder wasch? Ja, ich will sagen. Waschmittel. Oh, wieder? Was ist ruhig, diese Karte? Ja. Ich muss den Markt gehen jetzt runter. Beanker, sechst und dabei. Warte, Mann, PSN? Ja, hab ich gelernt. Scheiße. Toll, hier ist kein P drin. Schade. Also weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Retro FM. Jetzt mach Retro FM. Ja, ich muss erst mal runter. Aha. Ach, das ist für eine Scheiße, Achtung. Kacke. Das geht's doch. Das ist ja sinnlos. Hä, wie es geht los? Wie, wie es geht los? Wie, wie es geht los? Natürlich geht's los. Ich hab nie gesagt, dass es nicht los geht, oder? Ja, ich meine, es ist alles. Dass es los geht. Unfassbar, wow. Oh, witzig. Alter, was für ein Gemetzel hier. Oh, Gemetzel da. Radio Metzel da. Alter, die Mutti von Metzel da. Männliche Gurten. Das bringt's ja richtig, wa? Ja. Da war der erste Tor. Jetzt kommt der zweite Tor. Jawohl. Alter, hier brennt ja alles. It's a burning heart. You can make fire aim. Ich kann grad nichts machen. Ich spür, ich stehe grad außer Gefecht. Sag mal ganz ehrlich, ist dein oberer, äh, Dings schon tot? Also unten oben? Nö. Den treff ich aber nicht. Ich hab keinen Strom, was ist das denn? Ich hab keine Windmulle mehr. Ja, das ist aber wirklich belastend. Doch, jetzt ist es aber. Jetzt. Ich habe keine Strom. Hey, wo ist denn der, ähm, Dings? Tanklaster von hier rüber, dann? Ich habe keine Probleme, Ole. Ich habe keinen Strom. Ja, ich auch nicht. Wow. Ich hab mich eigenständig zertötet. Ich kann nichts machen ohne Strom, ne? Wenn ich strom, der nicht gewinnt. Ich, ich hab keine ordentlichen Waffen mehr. Ja, ich hab auch keine Waffen mehr. Ja. Ja, cool. Ja, toll. Du machst meine Waffe kaputt mit deinem Laser. Jawoll. Das war'n Hit. Jawoll. Das war'n Hit. Geaktor. Nee, Quatsch. Doch. Der ist, der ist am sadenen Pfeil. Ja, ich hab da da keine... Warte mal, am sadenen Pfeil, das sagt man uns aber nicht, oder? Ich hab keinen Strom mehr. Oh. Hey, Leute, wie ging das denn jetzt? Habe ich mich selber durch Rückstoß zertötet? Oh. Falsche Taste. Lewandowski. Ja, das ist nicht so witzig, was du machst. Ich weiß nicht, wie dich da oben zertöten soll. Ja, ich weiß auch nicht, wie dich da unten kriegen soll. Dachte ich mir. Ich hab' auch keine Strom mehr. Keinen Strom mehr. Oh, verständlich. Ey, du hast eine Waffe von mir getötet. Oha. Ja, jetzt ist aber Ende. Ich hab' keinen Strom. Wenn ich stromt, dann ich gewinne. Das ist doch kacke. Ja, warte mal. Ich muss mal ganz kurz Strom aufbauen, ne? Aber ich komm' da gar nicht so weit runter. Scheiße. Oder? Doch, warte doch mal. Ich muss noch Strom aufbauen, oder? Jo. Okay. Jetzt der Burning Heart. Ja, ich hab' gar keine Waffen mehr. Ja, ich auch nicht. Also schon, aber... Ja, ich hab' keine mehr. Keine. Null. 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 Ja, cool. Ich hab' versagt. Ah. Ja, Ole, was soll ich denn machen? Ich hab' keine Waffen. Aber das hier oben stört mich. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich bin tot. Mein Reaktor unten ist schon down. Da kann ich nichts mehr machen. Ja, der ist jetzt down. Ja, der ist jetzt down. Der explodiert sofort. Ja, ne. Der unten, hab' ich gesagt. Ja. Aber da komm' ich nicht hin. Zu weit unten. Ja, ich hab' auch keinen Strom mehr, Ole. Ja, ich hab' auch keinen Strom mehr, Ole. Ich hab' keine Windmühlen mehr mittlerweile. Ist doch schön. Hm, ja, geht so, ne? Doch, doch. Ich bin super. Hält sich so in Grenzen, ne? Wie die DDR früher. Ich hab' echt Null Strom. Ja, wird richtig knapp. Ja, weil ich nichts machen kann noch. Ja, weil ich keinen Strom hab' Ole. Ja. Ich mach' Minus-Strom. Ja, also. Ich hab' da einen Strom gemacht. Jo. Ja, toll. Jetzt hab' ich gar keinen Strom mehr. Jetzt hab' ich nicht mal mehr Batterien. Ja, das kann ich nicht mehr holen. Ah, jetzt gehört das nicht mal mehr mir unten. Ja, nice. Ja, du hast die Verbindung jetzt irgendwie getrennt. Ja, guten Tag. Ja, das war's. Ja. Ich hab' vier Strom und ich krieg' keinen Strom mehr plus. Ich mach' Ich mach' Minus-Strom gerade. Ja, ist Ende. In dem Gelände? Im Gelände ist jetzt Ende. Und dann mach' ich bumm. Sum-sum. Ja, also da. Ich mach' gar nix. Ja, ich hab' keinen Strom mehr, mein Lieber. Ja. Das hab' ich schon mitbekommen, tatsächlich. Ja, was soll ich denn da machen jetzt? Ja, alles. Gar nicht mal so Vorteil. Ja, ich mach' ne neue Waffe, wa? Ja, mach' mal kein Problem. Das ist ja Zeit. Ja, genau. Ja, genau. Also hab' ich wirklich. Ist ja entspannt. Ach, die sieht gut aus. Mach' ich mal dahin. Rollenballern. Ja, schlecht war's nicht. Ja, das glaubst du schon. Ja! Jetzt wird zurückgeschlagen, Oli. Oha, jetzt geht's hier aber richtig los, oder? Ja, ja. Du hast schon wieder keinen Strom mehr. Das dachte ich mir. Weil die ganzen, äh, hier, Dinger, die waren. Und oben drin, oben weg. Jetzt scheiße. Na gut. Kann ich auch, oder? Echt? Hm. Zweig mehr. Moment. Ja, ich brauche noch ein bisschen Strom. Nur, nur ein bisschen. Aua. Aua. Das war ein Hitlider. Ein Hit, ne Hitlider? Hitlider. Hit Parade. NEIN! Fick dich! Ich hatte gerade 3.000 Strom, du Hurensohn, Alter. Hab' ich gerade gesehen? Ich schwüsste, ich vergewaltige deine Eltern. Ich hab' jetzt nix mehr. Ja, ich weiß. Jetzt gehen wir mit Maschinengewerden vor. Ich fühlte dich jetzt mit Maschinengewerden. Ist mir scheißegal. Gut, dann bin ich jetzt mal Arschloch hoch 9. Yo. Ich verteidige jetzt einfach so lange, dass es die Folge möglichst ne Stunde geht. Okay. Da hab' ich doch gar kein Problem mit. Ich schon. Ah, hier. Ah, witzig. Ach komm, Mann. Das hat doch keinen Zweck, Mann. Was soll denn die Scheiße, ey? Ich hab' nicht mal ne Upgrade-Station. Das ist doch behindert, Alter. Ja komm, hier. Ich baue hier Batterien hin. Los, schieß drauf. Los, schieß auf den Reaktor. Ich hab' hier Batterien hingebaut. Ich hab' keinen Bock mehr. Was sollen wir rotz? Ist doch witzlos, das Spiel. Ja, ist doch echt witzlos. Wenn alles weg ist, was willst du denn da noch machen? Ja, du brauchst nur Treffen, du Lutscher. Nicht mal das schaffst du. Ja, weil es hier wackelt wie Scheiße. Du wacke halt die Fresse, dein Arsch wackelt. Ja. Ja, es hat nicht gereicht. Aber hat schon gut Schaden. Ich hab' leider keine Energie. Warte. Warte mal. Nein, nein, nein. Lass' mal. Ich mach' mich selber kaputt. Nee. Doch. Ja, okay. Ich wollte grad' ein Schiegewehr falsch rummachen und dann auf meinen Schillen geht's. Tschüss. Ja, das hat's gesagt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.